Ja, liebe Adler-Fans, liebe Medienvertreter, ein herzliches Willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem Heimspiel der Adler Mannheim gegen die Krefeld-Pinguine. An meiner Seite recht herzlich begrüßen möchte ich natürlich die beiden Cheftrainer Franz Fritzmeier auf Seiten der Gäste und unseren Head Coach Craig Eiland. Und wie immer hören wir als erstes das Statement des Gästetrainers. Herr Fritzmeier, Ihr Kommentar bitte. Ja, erstmal guten Abend und gratuliere an die Adler zum Sieg. Sie haben den Weg gefunden, uns dann durchzuschlagen. Ich denke, meine Mannschaft hat heute, seit ich da bin, das beste Spiel gemacht. Wir haben in allen Bereichen sehr, sehr gut gespielt, sowohl taktisch, waren läuferisch stark, haben 17 Minuten in Unterzahl gespielt und ein Gegentor hier in Mannheim bekommen. Es war eine sehr, sehr starke Leistung. Ich denke, wir hätten auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt. Leider ist uns das dann doch nicht gelungen. Chancen waren da, aber wir werden unseren Kopf hochhalten. Hier als moralisch sehr viel mitnehmen und dann denke ich, am Sonntag gegen München dann die drei Punkte holen. Danke. Vielen Dank, Herr Fritzmeier, für den Moment. Greg, your statement, please. Thank you, everyone. No, I thought they came hard early, certainly have the ability to get the power, you know, 5-1 power plays early, took the rhythm out of the flow and the balance of our lines. And they were able to score the two power play goals early, certainly the one off the deflection in the knee in the second period, you know, put us down. But I liked the resiliency in our game. I thought we bounced back and, you know, we didn't get our opportunity on that first five-minute power play. We didn't bury it, but we stayed with our game. We were able to find a way to capitalize on our opportunities against a good, hard-working team. They're going to be a good team and have success and give some teams some trouble. And we found a way in the end to come up and get the three points. Thank you. Thank you, Greg. Also, ich darf das nochmal kurz zusammenfassen, der Trainer, der Adler sagt, die Krefelder haben hier hart gespielt, haben so ein bisschen durch das Überzahlen den Rhythmus aus dem Mannheimer Spiel genommen, aber er sagt auch, dass seine Mannschaft dann einen Weg gefunden hat, ins Spiel zurückzukommen und die Chancen auch genutzt hat, um letztlich dieses Spiel am heutigen Abend zu gewinnen. Soviel zum Statement unseres Trainers. Gibt es an dieser Stelle Fragen von Seiten der Presse? Das ist heute nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen natürlich gute Heimreise und viel Erfolg für die kommenden Spiele. Für die Adler geht es jetzt erstmal mit zwei Auswärtsspielen weiter am Sonntag in Iserlohn und dann am kommenden Freitag in Berlin. Und wir sehen uns dann wieder am 6.12. hier zu Hause gegen die Thomas Sabo Ice Tigers. Das erste Bulli fällt um 14.30 Uhr. Bis dahin eine schöne Zeit. 바�ctoral haben auch birds. Over repeated Detéro aus Bedekt. Mem Chingens illuminab slightly. Auウ�ne hin. Vielen Dank.